Yo Leute, HeroZP ist wieder am Start und begrüßt euch zu einer Runde 1 vs. 1 Turnier. Zu einer Runde 1 vs. 1 Turnier. Was ist das denn für ein Kit, Marius? Was? Das ist ein faires 101 Kit. Ja, ich hasse es. Ich weiß, du weißt ganz genau, dass ich kein Ping habe. Und keine FPS momentan. Warte, warte. Screen? Fragezeichen? Nein, lasse. Bitte, komm. Komm. Please. Meiner fickt mich. Alter, er hackt. Er hackt einfach. Er hat mich. 0,5 Herzen. Aber nur, weil er First Hit hatte. Ich kriege ihn. Er ist schlecht. Ich kriege meinen auch. Nein, er kriegt mich. Nein, ich habe ihn auch nicht. Er hackt aber. Er hackt. Sorry. Aber ich kriege ihn. LOL. Er pinkt mich einfach am Ende noch weg. LOL. Was für ein Hacker. Wie lange hast du die Phase eingestellt? Die Phase? Hm? K.O. Phase, oder? Nein, er pickt mich weg. Jetzt bin ich hinein. Oh, Marius ist mit 0. Marius, spielen wir gegeneinander? Ja, dann spiele ich gegen einen Ventons. Ich spiele gegen Worex. Ich konnte feiern ohne Spaß. Warum habt ihr alle so einen Ping? Ich hasse euch. Fickt euch. 6,0 Herzen. Ich habe ihn nicht... Ich habe ihn nur zweimal gehittet. Alter. Junge, dein Kittel scheiße. Weißt du das? Ja. Alter, ich hasse dich. Können wir gleich mal mit einem ordentlichen Kit machen. Diese Schwasten hacken doch alle. Ja, jetzt renn, du Schwuchtel, Alter. Ah! Ja. Nee, in der Drehung kriegst du mich ganz sicher nicht. Ja, jetzt kriege ich dich besser, ne, mein Lieber? Ja! Ficke, Alter. Jetzt komme ich. Jetzt... Jetzt spritze ich weg. Äh, ja. Piep. Marius? Da? Ah, da ist er ja. Alles klar. Jo! Warum? Ich hasse diesen Dude einfach. Gegen wen kämpfe ich? Marius. Uhu! Uhu! Bin ich weiter? Junge! Was? Wir kämpfen gegeneinander! Ja! Ja! Ja, als ob! Als ob! Was war das? Ich hasse dich! Ich stehe hinter dir, will ich schlagen, schlag dich, schlag dich, schlag dich und du kriegst mich einfach noch! Was? Ich flieg raus, wenn du mich jetzt tutest! Ja, Junge, ich hab auch alles verloren bisher! Verpiss dich! Aber ich will bald die ganze Zeit essen! Ja, dann hör auf deine... Wie viel Herz hab ich dir noch! Ja! Meine Mutter hat nur noch wenig Herzen! Aua! Ja! Lass es doch nicht so schnell vorbeigehen, Mann! Lass mich dich doch töten! Ich bin raus! Ist das da? Nein! Du hast den Kampf gegen Marius verloren! Oh, Fäcker, Alter! Hä? Ja! Ich hasse dich auch! Spasti, Alter! Ja? EZ schreibt der eine Wichser! Ich hasse euch alle! Ihr seid doch alle Loops! Wenn ich Lust hätte, würde ich euch alle wegpicken! Nur ich hab keinen Bock auf meine Internetleitung! Deswegen! Deswegen! Digga! Ich will ein neues Turnier! Eins mit nem Bogen! Ey, ich hab... Ich hab... Ich auch! Ich kämpfe jetzt gegen Pabzicho! Hä? Wieso bin ich weiter? Ich versteck's nicht mehr! Ich versteck's! Hast du alle gegen alle? Der Typ ist nicht ernsthaft AFK! Was? Halt! Ja! Was? Bist du tot? Nein! Ja! Aber erst steht er da ab! Und jetzt laggt es bei mir extrem! Was? Hä? Was? Haben wir gewonnen? Ich weiß es nicht! Ja, hab ich! Er hat... Er hat verlassen! Was will Leon? Wo ist der Typ? Ich verfolge euch gar nicht! Aufobachten! Ich glaube, ich bin raus! Ja! Bist du raus? Ich glaube, ja! Wieso? Du hast doch gewonnen! Ja, ich weiß nicht! Das ist schon die K.O.-Runde! Fair-Player auf jeden Fall! Nicht alle sind's so! Ihr auch! Spaß, die Wichser! Ich hasse euch einfach! Aber ich kriege bald eine neue Internetleitung! Aber ich kriege bald eine neue Internetleitung! Marius! Ja? Was wäre denn? Die gleiche, die du hast von Wilhelm Tell, wie du vorher hattest von deiner Mutter aus! Ja, ist richtig! Er pinkt mich so hart einfach weg! Ja, das ist unnormal! Nein, die gleiche, die du vorher hattest! Und diesmal wird auch... Also, die habe ich ja schon, aber jetzt wird mein PC verkabelt! Dass ich nicht mehr kabellos habe, sondern mit Kabel! Ja, halbes Herz und überlebt! Ein Sieg für mich! Der zweite! Ich habe jetzt bisher zwei Runden gewonnen! Ich bin der Beste! Der King in the Wing! Nein, der rückt mich! Habe ich das gefragt? Ich bin der Ring! Tim, ich bin tot! Ich bin doch groß! Alles klar! Nee, nee! Wenn du Revenst, bist du im Finale! Bin ich? Gegen dich, ne? Ich hoffe es! Ja! Nein! Als ob! Als ob! Ja, aber ich habe übels Glück, aber weißt du das? ich will gewinnen ja ich will gewinnen du leckst bei mir gar nicht verarscht siehst du ich habe halbes herz und du verlierst dich nicht, das wäre peinlich GG weißt du was ich gar nicht getan, ich habe mich extra töten lassen, damit das noch mal spannend ist ich weiß ich hab Arn go 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 go, ich lauf weg ich will dich ganz das ist auch gut so na 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 wo bist du kacken das war'n feller hier drauf ah oh shit halbes herz, nice ah jetzt hast du bei mir ehrlich gebracht, hör auf, bitte bitte oh, hör auf, bitte bitte nein, halbes herz, halbes stumpen was hä soll ich gewinnen lassen ja du bugst bei mir ne du lagst, aber Was war denn das? Naja, es war ein schönes Turnier. Ja, ich hasse dich. Ich habe verloren. Alle Zuschauer haben gesehen, wie scheiße ich bin und wie viel Glück ich verbrauche, um ins Finale zu kommen. Du bist aus dem Turnier ausgeschieden. Pisser, Alter. Jan, bestellst du mir Pizzabrötchen? Doch, ich möchte Pizzabrötchen. Marius, willst du meinen Zuschauern noch etwas sagen? Ja, du bist einfach nur eine Schande für deine Zuschauer. Ich? Yo, Leute, wenn ihr das genauso seht, lasst einfach 100.000 Daumen hoch da. Gegen den du gewonnen hast, gegen den habe ich verloren. Gegen wen habe ich gewonnen? Gegen den eben im Halbfinale. Ja, nice try. Ich bin einfach besser als Marius, diese Schlampe. Hat mir ganz knapp. Ich habe dich gewinnen lassen. Ich habe dich sogar die erste Runde gewinnen lassen. Ja, und danach habe ich dich zweimal gewinnen lassen. Ach so. Weißt du, das ist doch eigentlich ganz klar. Du hast dich nicht dreimal gewinnen lassen müssen, oder? Äh, nein, wieso? Das ist doch ein Muster. Ich einmal, du zweimal, ich dreimal, du viermal, ich fünfmal, du sechsmal, ich siebenmal, du achtmal, ich neunmal, du zehnmal, ich elfmal, ich zwölfmal. Wieso? Das ergibt doch überhaupt keinen Sinn. Halt dein Maul. Halt dein Maul. Halt dein Maul. Oh, habe ich dir gerade ins Gesicht gefällt. Maul, Maul, halt einfach dein Maul, Maul. Okay, was spielen wir jetzt? Äh, ja gut Leute, das war's dann. Ihr habt nochmal gesehen, wie gut ich wirklich bin in der letzten Runde jetzt, 1, 2, 1. Dann, äh, ja, sehen wir uns das nächste Mal. Ich mach nie wieder ein 1, 1, 1, 1. Ich bin einfach scheiße. Näh, 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 näh. Und. Du musst am Anfang mit dem Best-Off schneiden, sonst schaffe ich das gar nicht. Welches Best-Off? Ey, ich muss jetzt, nein, stopp. Ich muss jetzt das Video beenden, sonst wird es zu lang. So wie mein Penis. Gut Leute, das war's dann. Haut rein. Ciao. Ciao.